Naja So die Arti haben wir noch nicht gesehen Dafür haben die immer eine mehr oder was? Naja, nein Was haben sie jetzt alle mit die Artis wieder? Jetzt war echt einmal so schön dühe nach dem letzten Update Oder nach dem vorletzten eigentlich schon Haben sie es wieder aufgeputscht oder was? Anscheinend, ich weiß noch, ich habe seit dem Nummer gespielt Gerne noch Aber jetzt haben wir TDS und Artis Also praktisch, dass sie noch mehr Leute kämpfen Das ist überhaupt nichts mehr Genau, deswegen gehen wir mir wahrscheinlich Oder so eine Video oft drauf, weil ich halt ein aggressiver Spieler bin eigentlich Oh, kommt hier noch jemand mit in die Stadt oder? Ich bin erstmal in der Mitte spotten Ja, was soll ich in der Mitte in der Stadt hier? Ich halte ja nichts aus Ich halte nicht mehr mit richtig von euch In der Mitte von den anderen Kackwürbeln Oh man Aber hier fährt doch kein MED Haben wir ja kein MED Pass auf die Arti auf, ne? Ja, aber was soll ich machen? Oh ne, hier sind zwei Meads in der Mitte. Oh, hier ist ein Scout. Kommt ein Scout an dir vorbei. Nö, kommt nicht vorbei. Ja. Eigentlich müssten wir die Pflanzen gewinnen, weil die nicht in der Mitte sind. Aber sonst gibt's in der Mitte. Du bist viel zu weit vorne. Ja du, naja, das ist hier, hier fährt mein Herr, hier mit der Hellwiese. Versteh nicht, was die da machen. Das ist anscheinend jetzt noch schlimmer als jemals zuvor. Es wird nur noch gekämpft. Die, die Vorfahren haben verloren. Ich dachte, die kümmern sich doch um den Weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das ist auch frei. Okay. Die waren sich aber auch nicht weit vor der Herrwiese in der Stadt, ne? Ja. Wo? Ja. 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 Genau ey! Was ist das? Ich bin glücklich, dass da nichts mehr ins kann. Oh oh oh, da ist ein Medium. Oh oh oh, da ist ein Medium. Ah, jetzt bin ich offen. Boah, wunderbar, wie bisher. Was, die sind offen und zwar jede Menge. Kann sie nicht beschießen. Dieser Japaner mit, der Neuner, der geht mal ganz schön auf den Sock und der auch da. Das ist, glaube ich, gar nicht schlechter. Ich habe einen zerstört. Der hat gebrannt und ich habe so eine Menge gecheckt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Er hätte verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Verlust! Kommt zurück. Ja, der ist ja nicht so gut, der schaut jetzt an. Ja, der Medium. 244. Wieso? Ja, der ST1, STA1. Fahr damit noch gleich. Wie viele Schaden hast du schon gemacht? Ich? Ne, Nagel. 421. Also was zumindest sichtbar ist. Der Eide ist hier abgebraten. Ich habe nichts gesehen. Da liegt da unsere Atmen hier. Ich komme nicht durch bei dem hier. Ich fahre drüben durch. Na, was machen? Ich schieße daneben auch noch mal. Ja, der ist echt nicht schlecht. Wir haben noch drei Artis. Ich fahre uns Scout hier. Ja, warte mal. Ich fahre jetzt über rechts. Ich fahre jetzt über rechts. Ich fahre jetzt über rechts. Ich scoute jetzt gleich. Ja, dann warte ich weiter hinten. Eine kann ich zwar kriegen, aber die anderen zwei schießen dann noch für mich. Ich habe mich weg. Ja. Oh. Ich muss so ran fahren, weil sonst machen mich die Metz kalt. Ja. Weil die noch immer... Ah, jetzt fahren sie vor. Einer ist vor. Es ist nur noch einer hinten. Aber er macht mich auf. Okay. Du bist aufgegangen? Ja. Aber bloß diese eine... Ah, da ist. Elmer. Der Säge trifft. Hab ihn. Bin offen. Du bist offen. Ja, klar. Die Art hat dich auch gemacht. Ja, klar. Ja, klar. Die Metz rauchen uns auf. Das sind ne, das ist echt der Wahnsinn. Scheiße, Digga. Wir dachten, die schaffen das. Der AT-18 ist es. Bummel. Jetzt stellt sie sich selbst von mir. Ich glaub's ja nicht. Ha. Und die nächste. Hast sie? Sehr schön. Das waren sie. Jetzt haben wir noch die Metz da. Bis komm, jagt die Metz. Ich fahr so weit wie möglich hinterher. Ja, sowieso. Ich schieße jetzt von hinten. Komm, machst du ne Inkel nochmal Waffen, Brüder? Nee, reicht ja nicht, wa? Nee. Jeder muss drei Kälte. Ja, du darfst da nicht, oder? Ah, fickt euch doch nicht. Wenn der Zoom kommt und dann. Oh, bitte herreden. Ja, bitte herreden. Ja, bitte herreden's doch schon. Wenn der Robert nur schon packen wir jetzt. Ich bin so klein in die Flester. Fahnen die rum, diese Wichser. Keine Ahnung. Ey, die haben echt doch fast das ganze Team aufgetraucht. Ja. Sind die im Zug, oder was? Ja, ist ein Zug, ja. Das gibt's ja nicht. Müssen wir aufpassen, Digga. Komm, mach erstmal die rechte Seite klar. Na, die sind nicht für dir. Die sind schlecht bis mittelmäßig. Was haben wir denn noch? Wo ist denn unser andere? Der ist hinten der Base für uns. Ja. Der hat 50.000 Gefechte in der Wertung bis 792. Und ist voll HP und guckt da hinten rum. Passt voll rein. Genau, Alter. Ich könnte schon etwas Hilfe hier brauchen, ne? Ah, scheiße. Oh, Mann. Wieso kommen wir in der Natur? Denn das gibt's doch nicht, oder? Fuck you all. Scheiß Team Verblödetes. Drecks Team. Echt. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier schon lange im Überzahl sind. Denn alle lassen sich irgendwo abschließen. Und der andere, der kämpft die Hütte in der Welt? Jetzt kann mal die Videoten. Warten, oder? Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Kann man abstechen. Das ist so krass. Hauptsache kein Schaden kriegen wir hier. Der hätte uns so geholfen. Wir hätten alle drei überlegt. Ich weiß nicht, was der Kerner ohnehin macht, ey. Okay. Wenn er wenigstens im Cap reinfahren würde. Ja. Schreib ihm mal bitte so den Cap'n. Ich bin offen, der muss irgendwo in der Nähe sein, hier. Komm, schieß auf mich. Ja, er hat aber nur noch 80 HP oder irgendwie sowas. Ja, deswegen schießt er nicht. Er kann dich aber killen. Ja, was soll ich machen? Ich seh ihn nicht. Er macht mich auf, aber ich seh ihn nicht. Na ja. 50.000 Gewächte. Wer? Aber dumm wie Brot. Ah, schön. Der ist dumm wie Brot. Eben kann man nach 50.000 Gefechten immer noch nicht das Spiel kapiert haben. Das gibt's doch gar nicht. Also der muss ja echt... Ich mag diese Leute nicht im echten Leben treffen, weil ich glaube, wenn ich rede, dann weiß ich nach den ersten 10 Sekunden, dass der total hirnlos ist. Du kannst ja sowieso die Leute jetzt einstufen in der Arbeit, oder? Was für Wertung das sie eventuell haben oder haben. Ja, Martin zum Beispiel, das war, wenn er mit 50.000 Gefechten, der... 100.000 Gefechte, währt irgendwo 3. Ja, genau. Der wird ja dann noch 100.000 Gefechte immer noch ein bisschen. Wie schieß ich jetzt? Auf der linken oder auf der rechten Maustaste? Das ist echt krass. Solche Leute haben mich echt in der Arbeit.